Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalor. Nächste Aufnahme. Wir müssen hier irgendein Viech besiegen. Oh, der ist ja schnell. Oh, der ist ja schnell. Oh, der ist ja schnell. Zack, zack, zack. Ich lasse dich gar nicht zur Luft kommen. Ja, ja, warte mal. Ach, nö. Hallo. Ich will doch erstmal die Dinger hier ausräumen. Okay. Hallo. Katsch. Sehr schön. Hinzugefügt? Jetzt ist keine Zeit. Schnell. Wir müssen meine Geburtskerze finden und das Ritual abschließen. Sputen wir uns. Oh, der hat doch irgendwas anderes im Schilder. Komm mal. Nehme ich mit? Nein. Nimm jetzt Blumen. Okay. Was hast du denn? Hm. Äh, also wo ist sie da jetzt? Ich bin gestohlen. Damit ich das Ritual nicht abschließen kann. Wenn ich die Flamme der Kerze nicht löschen kann, habe ich nur wenig Zeit, ehe die Monster mich erreichen. Der Erste muss sie gestohlen haben. Er ist der Stammvater. Er ist nicht wie die anderen, denn er ist nie wirklich gestorben. Ja, der Hunger verzehrt seine Seele, doch sein Körper lebt noch. Sein Grab ist nicht weit weg. Bitte, Kriegerin. Ich muss den Fluch brechen. Hilft mir, die Kerze zu finden. Ich glaube, der führt irgendwas anderes im Schilde. Das ist nicht das, was so wirklich... Ne? Irgendwas anderes hat der. Ja. Ja, Mann. Ihr müsst eine Närrin sein, Veithir wegen einer Lügengeschichte über einen Familienfluch zu folgen. Ah, dachte ich mir. Nur Veithirs Ahnen sind mit einem Fluch belegt, nicht Veithir selbst. Überdies wird er nicht von uns gejagt. Sein Ritual dient nicht dazu, uns von diesem Fluch zu befreien. Er will nur die Kontrolle über seine Ahnen, um sie als seine persönliche Armee zu missbrauchen. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr Veithir selbst fragen. Aber wenn er ihn mir ausliefert, kann ich meine Familie von diesem Fluch befreien. Na toll. Wenn es sein muss. Es ist wahr. Auf mir lastet kein Fluch. Nur auf meinen Ahnen. Dieses Ritual wird eine Armee ausheben, die mir gehorcht. Ah. Ah. Na toll. Meine, meine, Mr. Esch. Bitte, helft meiner Familie den Frieden zu finden, den sie schon so lange sucht. Ihr müsst mir nur Veithir ausliefern. Veithir wird nicht einfach aufgeben. Ich brauche eure Hilfe, um ihn zu töten. Veithir! Ja. Danke, dass ihr meine Ahnen und mich von dem Fluch befreit habt. Endlich können wir in Frieden ruhen. Als Dank für eure Weisheit biete ich euch das Wenige, das ich besitze. Die Skites haben im Leben Reichtümer angehäuft, die nun nutzlos für uns sind. Unsere Gaben für euch warten in unseren Gräbern. Und nun ruhe ich. Umgefallen. Was ist denn in unseren Gräbern? Da bin ich immer ge... Wand. Wo bin ich denn jetzt da hin? Wo bin ich denn jetzt da hin? Hier lang? Ja, warte. Ich muss... Probieren wir es. Was ist der Moment? Was ist der Moment? Was ist der Moment? Ja, das ist der Moment. Oh, das ist der Moment. Was ist der Moment? Ich habe hier interessant. Was ist... Ich bin echt... Das war ich ein bisschen. Was ist... Das verstehe ich jetzt nicht, ich will doch meine Belohnung haben. Hier lang? Von hier komme ich, ne? Äh, jetzt renne ich ja wieder näher. Jetzt renne ich ja wieder hier hin. Geh nochmal gucken. Vielleicht habe ich was übersehen. Ah. Hm. Ich habe doch einen Schlüssel. Ne, Quatsch. Warte, warte, warte. Entschließt mich mal. Ah, toll. Toll. Hm. Oh, schon. Na gut. Oh, ich habe die Quest erledigt. Ich habe vielleicht was übersehen. Jawohl. Na ja. Dann ist es so, wie es ist. Dann mache ich es mal wieder vom Acker. Und jetzt sieht es schon aus, ne? Oh. Jetzt bin ich hier. Ich muss hier hin. Den doofen Kobold erledigen. Oh, da liegt noch was. Ne. Ich muss hier hin. Ich bin hier hin. Ich bin hier hin. Ich bin hier hin. dapat es nichtskin lantern. Ok, jetzt Entschließend habe ich mich jetzt ho问. Ich bin hier hin. Ich habe ihn verletTest. Hallo? Hallo? Bin ich dran? Hallo?